Witzig. Weiter geht's mit einem Superstarz. Präsentiert von Sumi Ericsson. Ich weiß doch, wie ich schon gesehen habe. Ich will bald schon, wer verliert. Ja, ich werde zu sein, wenn wir in der Sendung treten. Ich glaube, da weiß ich was. Ja, sag mal. Mein Vater, der hat doch hier ein Zauberbuch und... Doch wie beim Origeln hast du doch auch noch Zauberträger. Und dann auch gerade dein Vater. Ey, aber ich kann nicht. Vielleicht können es die anderen nicht. Aber ich. Ach so, daran glaubst du eigentlich Bücher der praktischen Magie? Nichts. Was sollen da denn für Zaubersprüche drinstehen? Warte ab. Unbegrenzte Möglichkeiten. Das ist doch absurder Quatsch. Bredi, bredi, buch. Ich bin gleich in DSDSNU. Da passt du denn schon wieder mit meinem Buch hier? Geh mal von meinem Platz runter hier. Hallo,ID. Alles Gleif豪, jetzt kommt taxiert. Alla. Wir wollen mal kein 36. Könnt ihr Grausch mal sagen? Würden wir gerne Thomas am nächsten samstag gewinnen sehen? Ja. Oh,hu. Ja. Können wir hilft auch hier? Denn er schmeckt. Hallo ihr braucht keine Tiefe ab. Voll verrückt hier, voll heftig und die Plätze sind auch gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017